Jo, hallo liebe Freunde, ich bin mit meinen Nerven gerade ein bisschen am Ende, weil es hat auch meine FIFA Daten aus welchen Gründen auch immer komplett gelöscht. Ihr seht, ich habe da keine Karriere zu spielen. Es ist einfach weg, also meine zwei Saisons, die ich Weltklasse fand, also die ich super fand, sind weg. Und jetzt seid ihr gefragt, sucht euch einen Mittelklasse-Klub aus. Ich werde mit einem Kollegen reden, welchen ich dann auswähle. Es wird also nicht die Mehrheit gewinnen, sondern der Klub, der mir persönlich am besten gefällt. Das ist sozusagen jetzt der Transfer weg von 1860 München zum wo auch immer. Natürlich ist mein Tormann da nicht mehr 86er Stärke und so weiter. Finde ich total beschissen. Das Video ist jetzt hochgeladen, das heißt, heute Nacht, Montagnacht hochgeladen. Bis morgen Abend habt ihr Zeit, morgen 21 Uhr einen Klub auszusuchen und am 24. Dezember gibt es dann zwei Parts. FIFA 15 im neuen Klub, eventuell finde ich meine Spieldaten doch noch irgendwie. Ich bezweifle es. Tut mir leid, Windows hat mich einfach durchgefickt. Wir sehen uns dann, schreibt mir mit euren Kommentaren, wohin ich wechseln soll. Mittelklasse-Klub, jetzt kein Top-Klub, kein Real Madrid und sonst etwas. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen, euer PartianLP.